Ja, wir machen weiter mit... Ah, mal geklappt, mit Skyrim. Ui! Jetzt bin ich da mit in die Scheisse geraten, wieder mal. Hey! Ich tue mich noch mal. Mein Problem ist, dass ich überladen bin und eine Schnellreise machen muss. Wieder zurück und abladen muss. Ah, nein! Nein! Ich kann dir nichts mitnehmen. Ich sehe dich so schlecht. Hier liegt einer. Das war doch auch noch einer. Glitschen die irgendwie weg? Ah, ist das möglich? Die Gegend verschwinden alle. Da fällt er. Hier ist doch gerade einer. Ah! Zu Staub zerfallen. Scheisse, das will ich aber auch nicht. So. Fressen wir noch etwas aus. Etwas Schweres. Dann muss ich das alles... So. Das ist ja wirklich sehr mühsam. Immer noch zu viel Gewicht. So. Jetzt kann ich hier eine Schnellreise machen. Das ist also wirklich... Verzweifeln. Ja. Ja. Bleibt nichts anderes übrig. Geh abladen. Ich brauche dann mal mehrere Kisten und so. Und dann schmeisse ich alles in eine. Warte! 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 Ich kenne euch doch. Bis zum nächsten Mal. Aha. Kann ich euch jetzt endlich hier... ...gut Strafzahlen oder... ...muss ich da beim Knast oben... ...dann muss ich alles bekommen. Warte! Ich kenne euch doch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Warum das jetzt nur geht... ...dass ich beim hier zahlen. Hm. Warte! 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 Ich kenne euch doch! Bis zum nächsten Mal. Hm. Nichts zu machen. Ich habe auch genug Geld, wenn ich das Haus ausbaue. Mal schauen. Oh, da habe ich gerade zwei von denen. Jetzt lassen wir den hier. Den haben wir da... Oh, jetzt habe ich wieder aufgenommen... ...i Tapp. Oh, Mann, Mann, Mann! Hehehe So 3317 Dann haben wir den da RF7 Ähm 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 12 10 10 11 11 11 12 12 14 14 15 14 Ich weiss nicht, ob wir umbauen. Wir laden mal hier ab. Jetzt kann ich ihm schon über 100 Kilo wieder tragen. Ich habe meinen gesucht Status wieder. Ich habe die Ferne. Ich sage nicht, ich gehe jetzt noch. Doch. So. 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 Nicht sehr einladend in die Gegend. Oh, jetzt soll ich noch schlafen. Wenn ich es vergessen, machen wir es halt hier. Und der Lüfter von PS Pro läuft also nicht gleich leise, ist gerade weniger schlimm als früher, aber immer noch viel zu laut im Fall. Viel zu laut. Silberringe, die kann ich auch mal verkaufen, ich glaube. Das Fass kann man nicht versuchen. Okay. 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 Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Sie tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Lasse Bluten. Bevor er Solstheim erreicht, kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück. Dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Okay. So. Mir aber hier noch zu tun. Da regnet da die ganze Zeit irgendwelche Quests rein. So. 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 das da ist auch noch genug Platz. Da hat mir nichts besseres. Das brauchen wir nicht. Jetzt muss ich noch einen Schrei schaffen, zu heissen. Hier vorne sind die Dampferrichtungen. Magiermässig sind die drauf. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem ... Halt, halt, halt. Waffen. Ich habe mal das Schwertest. So. 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 Sollte ich mal mit einem Eisschwert einen Zauber drauflegen, dann sollte ich es noch verfeinern mit Stahl, das sollte ich auch noch machen. Hier bekommt es noch mehr Schadenskraft. So. So. Die Stahl ist nicht schwer, die nehmen wir Tausend Wert. Kann ich sonst zumindest Koffer kaufen, oder? So denke ich, hier alles abgelautet. Mädel, Leute. Kann irgendwie doch noch auf, oder? Ist jemand für nichts? Okay. Was? Jetzt sind aber die schon tot. Was erwartet mich hier unten, wenn die hier schon tot liegen? Noch ein Schlimmer, oder? Und gleich wäre jetzt das Zilberschwert gekommen, oder? Ja. Wo? Oh! Habe ich das Zilberschwert noch dabei? Jawohl! Aha. Schädelspater. Schädelspater. Nein. Zwei Händer kann ich nicht brauchen. Nichts für mich. Oh, cool. Frostbisse merken, hm? Das gibt doch ein bisschen eine Verbesserung. Yes. Das ist gerade weg zum Bauch. Und ich habe es gut gefressen. Aber das Silberding habe ich auch noch nicht verbessert. Dann könnte ich auch noch... Oh! Dann könnte ich auch noch verschärfen und... Ich habe das noch nicht gerannt, weil meine Feigräte immer nicht hoch genug waren mit der Schmiede. Schade, Schädel nehme ich gerne. Heu! Das wird lustig, denn. Mehrere Wege. Und überall Tod. Überall Tod. Was ist das? Ich denke, dass ich das mit Feuermagie anzuzähmte, oder so. Urne. Gold brauche ich dringend. Das passt gut. Hallo. So. So. Das ist mein Metallstein. Ich glaube, beschädigte Bücher kann mal leer flicken. So sind die Körten. So. Herrlich. Dass es hier alles zu lauten gibt. Oh. Das ist ein Spezialbuch. So. Die Schicht der Gräfin. Das hier ziehe. Er hört dazu. Jupp. Wenn sie nicht haben. Leer. Leer. Keine Wurzel. Die Scherussäer. Was immer die sind. Da kommen wir wieder raus, oder? Das sind die komischen Symbole, das ich nicht weiss. Ob die mit Feuer so... Falsch! Falsch! Ich habe auch angezündet, oder so. Das sieht nicht so aus. Wo ist jetzt mein Silber... Ich habe den nicht schnell aus dem Wald gelegt. Ich habe schon gedacht, dass ich die Falle auslöse. Aber nicht. Das sind die Knochen und Töne. Du musst gut schauen, ob du nichts übersehen kannst. Ich habe schon gedacht, dass ich die Falle auslöse. Aber nicht. Wir haben wieder Spinnen vor uns. Super. Schöne für meine Arachnophobe. Dann kommen sie schon wieder. Schöne für meine Arachnophobe. Ja. Äh... Ich will leben. Abwehren. Wenn ich so arbeite. Ich will. Ui, der zaubert. Das sind sie früher auch nicht mehr. Elendisch warten. Noch nicht. Kater. Da wäre ich bald runter. Geh runter. Eine Streitakt. Hier kommt er. Jetzt ist er tot. Eine Silberwaffe ist gut für dich. Hier habe ich eigentlich schon weggeschossen. Jetzt kommt die Frage, ob ich hierher komme. Ob ich schon da soll. Schaut, ob es hier weiter geht. Das zeigt mir hier hinten. Die Frage ist, ob es hier oben links nach hinten geht. Cool, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist alles. Oder ob ich zuerst runter schauen soll. Ich glaube, dass ich etwas verpasse. Ich will hier hinten raus. Hier sind die Beutelpacken. Schlechter Service. Was ist denn? Steigst du da, Harry? Komm mal, Polo-Walker. Ich fache meine Grabkamera. Ich muss aufpassen, wenn es irgendwo Fallen hat oder solche Dinge. Dass ich wieder in die Falle hineinlatschen. Sonst würde ich sagen, das ist auch nichts mehr. Ich habe mir das noch fast verpasst. Jetzt darf ich dafür wieder alles umkehren. Okay. Jetzt fahre ich zuerst richtig. Tiefen Gewölbe. Wir wollen aufsteigen. Dringend noch. Wir gehen noch auf Lebensenergie. Ich glaube, das ist die Traglast neben Bio. Wir wollen meine magische Stärke für meine Drachen-Schreie noch verbessern. Vielleicht einmal das Perk für das. Widerstandskraft gegen Magie wäre sicher auch cool. Widerstandskraft gegen Magie. Ich habe jetzt hauptsächlich auf Schwertkämpfe und solche Dinge verbessert. Uiuiui. Aber wie ist das gegangen? Fallen hat es. Wie steht das? Wie läuft die aus? Ah, die geht. Ich hätte sie mit dem Speeder darüber säkeln. Da laufen wir noch mal drauf. Ja, noch? Da müsste ich mit diesem Wirbelwindsäckchen... Oh, da waren wir noch gar nicht. Und wie kommen sie da rauf? Hier nicht. Natürlich nicht gleich der Schnelleste mit dem Zweihänder. Jetzt ist er hier oben, der ist ja gar nicht an mir vorbei. Ah, das ist die zweite Brücke. So, so. So läuft es hier. So läuft es. So läuft es. So läuft es. Neun. Ich weiss nicht, ob es hier automatisch vergleicht. Oder ob es da mit der Waffe in der Hand ist. Oder vielleicht es mit der Waffe in der Hand ist. Aber ich will keine Orkbogen. So läuft es. Ob es unbedingt noch Magie auf die Silberwaffe geben könnte. So einen Feuerstuhl wäre witzig. Ich höre ihn aber, wo ist er. Wo ist er? Meine Schritte Ops Sollte ich mal wieder abwehren Meine Abwehr ist wieder mal super Defense Die Toten essen Käse So, so Einsetzen im Traum Ich bin der neue Chef hier So Verkaltes Fleisch sicher auch gut So eine Vergiftung macht nichts Trauben Violetten Die habe ich schon leer geräumt Jetzt sieht aber eher aus, würden sie Menschen fressen als Gemüse und Früchte So Warte ob ich das schon aktiviere Zuerst hier alles anschaue Da ist noch Da ist noch Da ist noch keiner Wollte ich gerade sagen Ah, der leuchtet blau Zu den Augen aus Da kommt irgendetwas Hier im Sarkophar Geht Da kommt irgendetwas Hier im Sarkophar Geht Jetzt haben wir das Falsche aufgenommen Wieder mal Die verdammte Axt Das Nordschwert Das weg Da gehts weiter Die Frage ist Was das da macht Die Frage ist Taut das das da auf hier Yes Der hofft Das da hat's zu weit Nein, das nimmt's auf Nein, beschädigtes Bauch Nein, beschädigtes Bauch Wo ist es jetzt? Ist das Besonstiges? Weg Wieso Die kannst du irgendwo Lassen Glauben Lassen 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 Das ist später Stahldolch Das Da nehme ich mal Halt, halt Vielleicht habe ich da Irgendwelche Zutaten Nein, natürlich nicht Es wäre zu schön gewesen Was macht ihr hier? Dass die von hinten anfällt Winziger habe ich Also, silberner Zweihänder Ich habe gar keine Verzauberung Was soll das? Kann ich das noch nicht in diesem Fall? Shit Da fehlen wir wahrscheinlich noch Die Feige in diesem Fall Dann holzen wir halt so weiter Dann holen wir Schwaches Gift der Hausdauer Die Rollschädel hat aber keinen Wert Ich glaube schon eine irgendwo Für etwas brauchen wir den sicher Aber dann ist, glaube ich, einer oder zwei gesammelt. Jetzt komme ich nicht ganz draus, wo ich hin muss. Offiziell. Das sind dann viele irgendwo. Roll in, roll in, roll in. Und spinnen. Das nützt du nicht, aber da werden wir nicht. Und wo noch mehr? Was ist denn mit dem passiert? Ist der Falle gelatscht? Oh, oh, oh! Was sind wir jetzt gleich? Da muss ich mit dem Wirbelspeed schnell rennen. Das mache ich dann. Irgendwo schiesst du schon wieder einen Pfeil. Da. Da oben irgendwo. Wir sind jetzt hier. Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Das ist schon ein Verein. Nicht der Herr. Da darf ich nicht reinschauen. Ich bin gerade sehr gastfreundlich. Hier runter muss ich nicht. Da muss ich doch zählen als oben. Ich muss da hinten. Jetzt gehen wir schon mit einem Super-Spooter durch. Moment. Ich hoffe, es lohnt sich da auch. Hier sind die Kacktränke. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Magiekraft wieder aufladen kann. Das wusste ich auch nicht. Hier brauche ich wohl keine Kette. Das kann ich einfach so... Oh! Wie kommst du da drüben? Hm. Was ist denn da drüben? Ja, da drüben. Ich soll da drüben eingehen. Was ist denn da drüben? Ich komme noch nicht rein. Was ist denn da drüben? Nicht unbedingt. Ist da irgendwo ein Mechanismus? Ah. Hier oben irgendwo. Aber da komme ich auch nicht rauf. Und da muss ich mit meinem Wirbelsprint. Schön. Es kann ja hälter werden. Oh! Oh! Mal schauen, wie das klappt. Oh! Oh! Ja, das soll gehen. Nein! Jetzt werde ich verschoben. Dann laden wir den wieder auf. Ich muss etwas zu nehmen. Ich muss dringend meine Magie verbessern. Das, oder? So. Nein! Ich weiss nicht, wo man das sieht, ob es... Wenn es voll weiss ist, geht es wieder. Endlich finde ich auch mal wieder so ein Geheimnis. Etwas Verstecktes. Ja. Komm, wir nehmen hier mal. So. Was ist eigentlich mit diesen Schriftrollen hier? 60 Sekunden kämpfen sie nicht. Ja. Ich stehe nicht mehr auf die Seite. Dann brauche ich dann irgendwie krasse Bossfights zu kommen, oder so. Jetzt vermute ich hier hinten müssen wir. Sag ich mal. Wenn ich jetzt erst anschauen. Jetzt wird das ein wenig gesehen. Dann wird das so ein wenig. Das sieht etwas aus. Dann wird es vielleicht wieder der unerbittliche Macht. Das ist eine der unerbittliche Macht. Wenn das so ein neues Wort. Das habe ich schon gestärkt. Ich habe mich hier geschaut. Ich habe mir die Worte z.B. kombiniert. Ich habe mir keine Ahnung. Hin und wieder ist hinter. Oh, das war eine krasser Brautung. Aber das ist schon zu schwach. Zwergenschwert? Ja. Komm, nehmen wir. Ich beladen mich wieder, bis ich überladen bin. Ich schmeisse weg. So. Hier oben hinten, ich denke, muss ich. Dann kommen wir hier wieder hoch. Ah, da habe ich keine Spitzhaken dabei. Okay. Ja, nur. Was ist das? Okay. Jetzt müssen wir uns zurück. Ja, wir können zurück. Und da siehst du sie nicht so gut. Es ist recht schnell etwas übersehen in dem Spiel. Ja. Es ist ein Silberärzader. Wenn ich keinen Spitzhaken hatte, dann finde ich alles. Ich glaube, die sind dabei. Ich hätte nicht eine gefunden. Da habe ich jetzt sicher auch noch etwas, wenn man etwas sucht. Ja. Vielleicht machen wir den Tod. Das ist eigentlich die grösste Abschlüsse da. Achtung. Ich muss schnell meine Ausdauer erholen. Sonst wird es schwierig werden mit Kämpfen. G2 sein, oder? Da muss jeder Blitz schnell sein. Oh. Oh. Da ist ein Schwäme. Der hat sich jetzt noch einmal geschlagen. Das wäre. Die Frage ist, ob das jetzt so geht. Wir machen, dass beide aufgehen. Und dann losflippen. Jetzt haben wir den Falsch. Der Falsch. Hier Wirbelsprint. So. Ja, super. Fuck. Was sind das? Neue drei Tore, die aufmachen müssen. Äh. Ähm. Natürlich kann ich nur raus. Nein. Ich muss alle drei Tore gleichzeitig aufmachen. Wie soll das gehen? Wir müssen den Falsch. Ich schuze nochmal. Oh. Ich schuze hier. Dann habe ich drei Tore. WK. Das ist ja schwierig. Das ist ja nicht so schwierig, dass du diese... WK. Oh! Wow! Geht es sich von hier jetzt? Natürlich nicht! Ist ja klar. Das ist total scheisse. Hahaha! Hahaha! Das ist der Hinderste. Das ist der Vorderste. Das ist der Mittler. Also ich muss die... Nein! Jetzt war es extrem knapp. Also... Ah, ich muss früher. Ich habe Angst, dass es nicht so ist. Es reicht. So weit hinten. Ich nehme mal etwas, die Zauberkraft. Kann ich da nicht irgendwie etwas... Nein, wo wir... Zum Beispiel das, oder? Aber jetzt bin ich... Jetzt hätte es doch müssen lassen... Hureschräg. Jetzt hätte es doch müssen lassen. Jetzt hätte es doch müssen lassen. Ich drücke hundertmal. Nichts passiert. Jetzt muss ich wieder... Eine geringe Magica hier. Das heisst, Wir säkeln am besten. Hä, säkeln wir hier an die Kante hin? Ahhhh... So. So. Nun geht das schnelle Säcke jetzt nicht. Hallo? Also komm. Das ist jetzt komisch. Jetzt ist es verdammt lange offen geblieben. Wie machst du das, dass einer offen bleibt? Davor ist einer ganz lange... ...rot geblieben. Davor ist einer ganz lange... Es sieht kleiner an die Kante hin. Ich kann da nicht rein. Ich arbeite das nicht. Es geht nicht. Ich bleibe hier wie eine unsichtbare Wand hängen. Was muss ich denn da machen? Machen wir irgendwas Falsches? Was muss ich denn da irgendwie anschreien? Oder so? Oder warte mal, habe ich da... ein neues Wort gelernt, oder? Wann sie das irgendwie verwenden? Nein. Das muss doch Sorge irgendwie. Wann sie? Das nützt schon mal gar nichts. Jetzt bleibe ich da hängen.